Und hier ist der FC Bayern-Basketball. Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey. Ist natürlich schwer zu vergleichen, weil du meinst, du warst sehr jung, als du zum FC Bayern kamst und ein bisschen älter als du nach Chicago bist. Trotzdem warst du ja in beiden Situationen noch ein relativ junger Spieler. Wenn du jetzt vergleichst, was dich, ich meine das blöde, was dich weitergebracht hat, kann man das? Also hat dir der eine Weg besser gefallen oder hat dir mehr gebracht als der andere? Es sind aber zwei Sachen, die aufeinander folgen. Ich glaube, ohne Bayern, ohne dieser Lärmprozess hier, wäre es sehr schwer für mich, zu dem Zeitpunkt, wo ich gedraftet worden bin, rüberzugehen direkt. Also ohne Bayern gäbe es eventuell kein Chicago, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja, da kann ich hier keine gute Antwort drauf geben, bin ich ehrlich. Du hast vielleicht anders gefragt, deine Zeit in Chicago war dann ja auch am Ende, naja, ging es nicht toll auseinander, du warst verletzt, es gab da Unstimmigkeiten, wie man sich behandeln lässt, etc. Es gab da Unstimmigkeiten, ja. Ja, es muss auch diplomatisch sein, so ein Podcast. Ist es anders, wenn man so schaut, wie der FC Bayern zum Beispiel oder auch Teams in Europa mit ihren Spielern behandeln und wie sie das verstehen, die Zusammenarbeit im Gegensatz zur NBA? Ja, also hier in Bayern, ich kenne den Verein jetzt einige Jahre, es wirklich immer wieder wird betont, dass Spielern geholfen wird, dass wir eine Riesenfamilie sind und das Gefühl hatte ich gerade im zweiten Jahr in Chicago auf keinen Fall, also ich war sehr überrascht, wie da Dinge ablaufen und wie viel Business eigentlich in dieser Liga oder in einem Club dann steckt, also nach meinem ersten Jahr dachte ich, okay, ich könnte einige Jahre hierbleiben, ich könnte vielleicht einer der Stammspieler so werden, die wichtig sind, so eine Säule im Team und im zweiten Jahr merke ich dann so, hä, wo sind denn alle, so eigentlich juckt es keinen, gerade wenn ich nicht auftreten kann, ich soll morgen spielen, so hä, also es waren einfach so viele Sachen, wo ich denke, für mich sind die vollkommen unlogisch und dann bin ich im Sommer nach Chicago mit eigentlich einer Sicherheit im Kopf, ich habe eine Verletzung irgendwie, ich habe eine Verletzung, aber irgendwie konnte ich es auf den Bildern in Chicago nicht sehen, ich komme hierher, wieder zu Jochen, da sind wir wieder und er sagt mir, ja du Paul, also wenn du auf dem Bild, das siehst ja selbst du und ich so, hä, das ist ja kaputt, so und dann bin ich wieder, das war eine Müdungsform, müssen wir sagen, im Fuß, ne? Wie? Das war eine Müdungsform, im Fuß, ne? Ja, genau und dann komme ich wieder zurück zu Jochen und dann ist wieder von Anfang an, ich rede wöchentlich gerade mit ihm, also er war sehr, ja, sehr gut und sehr viel für mich da, einfach weil ich immer wieder eine Verletzung hatte und hat mir da geholfen, bei ihm hat es da angefangen, dieses Family-Gefühl und dann, wenn ich irgendwas brauche hier, ist immer was da gewesen, ob ich jetzt die paar Monate in Spanien war, ob ich keinen Verein hatte, wenn ich irgendwas gebraucht habe und hierher zurückkomme, dann war immer, egal was, war immer irgendjemand für mich da und hat mir da geholfen und das ist einfach, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, in vielen New League-Clubs läuft es auch eher, ja, in die andere Richtung eventuell, also da wird schnell mal aussortiert, bevor vielleicht mal ein tiefer gründiges Problem gesucht und versucht wird zu lösen. Ich finde, es ist ja auch, glaube ich, in Europa, obwohl in der NBA gibt es auch stellenweise, was die von Franchise zu Franchise unterschiedlich sind, aber ich finde, es ist schon wichtig, dass man so einen ganzheitlichen Ansatz hat oder dass man eben nicht nur sagt, okay, der Bozip, der spielt ja Basketball, sondern man versucht dem auch, dem alles zur Verfügung zu stellen, was er halt braucht, um seinen besten Basketball zu spielen, oder? Ja, und ich glaube, da gehört einfach auch gewisse, also irgendwie ein bisschen Glück dazu, dass man irgendwie an das richtige Franchise, das zu einem passt, das das gibt, was man selbst braucht, was der Körper oder mental, was man braucht, das muss einfach passen. Und im zweiten Jahr hat das halt für mich nicht gepasst. Ich weiß, dass Maxi supergut zum Beispiel, einfach nur, weil ich gut befreundet bin mit ihm und ich weiß relativ viel, wie in Dallas Dinge gehandhabt werden und ich weiß einfach, das war perfekt für ihn, wie ich gehört habe, ey, Maxi könnte nach Dallas kommen und ich war direkt hin und weg und ich glaube, das passt und man sieht ja, wie er sich entwickelt hat und was er in den Franchise bringt. Also das ist dann auch wieder ein Beispiel, wo ich gewusst habe, okay, das ist perfekt. Ja, liebe Basketball-Fans, wenn euch das gefallen hat, dieser kleine Ausschnitt von Open Chord, ab jetzt gibt es alle zwei Wochen neue Folgen, Link findet ihr unten in der Beschreibung.